So und hey, hallo, willkommen in der Welt von Minecraft, Bad World is, ja, und jetzt bin wir auf der Map Mine, die vielleicht sehr, sehr viele kennen sollten, eigentlich, denn diese Map ist sehr alt und wenn man auf Gameplay.net spielt, dann sollte das eigentlich kein Problem sein, und jetzt würde ich mich gerne interessieren, der ist Team Orange, und das ist die Pink, und das ist die Türkis, okay, das heißt, ich bin nicht sofort der Gegner von ihm, das ist auf jeden Fall gut, weil ich habe gegen ihn das letzte Mal gespielt, das habt ihr sogar im Video gesehen, im letzten Video vom, ich bin nicht am Vorproduzieren, das kann ich gerade nicht sagen, ich glaube, das war am Samstag, das ist am Samstag online gekommen, und ich heute, am Dienstag, ist er wieder am Start, richtig nice, okay, dann machen wir das hier weiter, zack, 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 okay, mir fehlen noch ein paar Blöcke, weil ich mich ein bisschen verbraucht habe, hätte ich das nicht gemacht, wäre vielleicht besser ausgegangen, so, dann holen wir noch ein paar Blöcke, ich hoffe mal, es ist wieder so ein Deathmatch gegen uns beide, weil ich bin wieder im Finale letztes Mal gewesen, wer es noch nicht gesehen hat, kann gerne oben jetzt aufs E klicken, da oben werdet ihr sofort sehen, dass ich im Finale mit ihm war, und das war richtig nice, so, zack, 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 so, das war irgendwie komisch, auf jeden Fall war das komisch, da ist der Orange, ne, der Suizider, alles klar, das heißt, ich bin wieder gegen ihn, äh, nein, zuerst ist der blaue in den Weg, Ich glaube, ihr hört meine Zertatur und mein, äh, mein, ihr wisst schon was, meine, meine Maus richtig hart klicken, au, und es tut, alles klar, Orange ist da, okay, ich müsste mich vielleicht mal da nach Hause porten, das wäre mal eine gute Idee, weil ich glaube, 100%ig meistens, wenn ich auf solche Touren gehe, da kommt irgendwer und macht mir die ganze Runde kaputt, das ist immer so, so, wir nehmen jetzt einen Farbpoder und machen das so, damit ich sofort mal dort bin, ich hoffe mal, ist jetzt niemand bei mir, ich bin Team Gelb, und wie es aussieht, ist auch keiner bei mir, das ist schön, es hat jetzt irgendwie gar nicht gebracht, weil ich war gerade bei Team Orange, das wäre richtig gut gewesen eigentlich, ähm, aber ich glaube, es wird, ja, es ist wieder, Slash at all, wieder im Finale. XT Da bin ich überhaupt genickt? Ne, bin ich nicht. 100% ist er irgendwo, äh, ich fühl's, ich fühl's irgendwie. Okay, dann, äh, hole ich mir mal schnell ein paar Sachen, hier so, Dreier, Dreier-Stuff, Ne, das will ich da auch nicht holen, Dreier-Stuff. Und dann hole ich mir noch ein paar Sachen, weil ich brauchte, unbedingt, ich weiß, wie der gekickt, wieder im Finale, und jetzt habe ich das Rewanch, äh, Rewanch. Zack, zack, so, mit dem brauch ich hier, so, zack, 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 so, habe ich das hoffentlich jetzt gemästert, weil jetzt kann ich mich wieder draufstellen, dass ich wirklich guter Spieler bin, indem ich jetzt gegen ihn gewinne, würde mich mal gerne interessieren, ob ich überhaupt gewinne. Er war in der Mitte, alter, er spielt mit Gold, das ist nicht so nice, er hat letztes Mal nicht mit Gold gespielt, oder hat mit Gold gespielt, aber ich habe es nicht bemerkt, weil er hat mit, weil er ist gestorben, ja, er ist gestorben, und deswegen hat er, ähm, eine, er hat sich einen Club geholt, und das ist immer noch. Ja, egal, es funktioniert nicht mehr, irgendwie. Das funktioniert irgendwie nicht mehr, ich hoffe mal, er hat keinen Bogen, ja. Und er hat sich nur ein Schwert gegönnt, ein Schwert wäre auch irgendwie schlecht, aber besser als ein Bogen, weil ich habe keinen Bock auf einen Bogen. Alter, der kann, ne, der spielt nochmal, jetzt, und der hat einen Bogen. Ja, der ist auf mich draufgesprungen. Äh, Mann, alter, der ist wieder am Start, und der wird nie wieder töten, das weiß ich jetzt schon. Eine Revanche, ich habe jedenfalls eine Revanche gegen den 7. Ich muss auf jeden Fall besser spielen gerade. So, zack, zack, ist das Goldschwert, der ist das, der ist das, der ist ein Brustpanzer. Er hat halt den Vorteil, der hat einen Brustpanzer, der kann jetzt zu mir rushen, so, oder so. Der ist aber noch nicht da, okay. Das heißt, ich kann mir noch ein paar Blöcke holen. Ein, ähm, zack, hier ein Cover. Dann kann ich mir noch, so etwas holen. So, dann kann ich mich hier, zack, zack, zack. So, wenn er sich jetzt, äh, hochbauen sollte, dann sollte er, ähm, warte, ich baue mich hier mal ein, kurz, zack, zack, zack. Er hat sich hochgebaut, ja. Die einzige Lösung bei den Traps ist einfach sich hochbauen. Das ist die einzige Lösung, was man haben kann. Muss ich ihn durch. Butterfly töten. Nö, Spaß. Ähm, jetzt muss ich ihn auf jeden Fall töten. Sonst kommt er zu nahe. Warte, ich mach mal so. Das wollte ich doch nicht machen. Alter, Junge. Betreib halt noch mehr. So. Erinnert mich auf jeden Fall nicht zu nerven. Zack, zack, zack. Jetzt geht er weg. Weil er hat ja Gold, er weiß es ja. Ich hab, ich weiß, dass er einen Bogen hat. Der spielt jetzt mit Bogen, das ist ein bisschen nervig. Kann ja nicht versuchen, so ein bisschen näher zu sein. Weil er wird ja auch näher zu sein. Das heißt, ich muss ihn hier spätestens sein. Auf jeden Fall, Leute, das ist jetzt richtig spannend. Ich hab grad überhaupt kein Bock. Ich will eigentlich grad mir ganzen Videos drehen. Und ich brauch ja mindestens sieben. Und ich bin vollkommen richtig geil am Start. Und deswegen will ich das jetzt hier haben. Wow. Er da, GG. Jetzt muss ich laufen eigentlich. Aber ich hab kein Essen. Das heißt, ich bin sofort tot, wenn er mich schlägt. Das wird jetzt nicht so nice. So, jetzt haben wir eine Rounge gegen ihn. Er hat halt ein bisschen nicht besseres Equip, aber er hatte... Ein bisschen schlechtereres Equip, weil er hat nicht ganz alles gehabt, was man haben sollte. Und das wird jetzt ein Vorteil sein, dass er da ist. Wenn er jetzt töten könnte. Weil er jetzt voll ist und ich nicht. Also hier hol ich mir ein paar mehr... Spinnnette. Das war eine gute Idee von ihm, so. Jetzt so taktisch ist er richtig gut eigentlich. Nur ich weiß halt ganz genau, wie er tickt, weil ich schon gegen ihn gespielt hab. Nee. Das ist einfach nicht wahr. Jetzt will er... Jetzt will er gegen einen... ...gegen jemanden einfach so spielen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist doch nicht dein Ernst. Sorry. Aber das ist jetzt nicht dein Ernst. So, das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt auf jeden Fall... ...diese... ...diese Leute, Leute. Diese Leute. Ist mir jetzt egal, ob ein Bogen hat. Ist mir vollkommen egal. Ich werde das einfach nur pushen. Alter, ja, natürlich hat er dann auch noch einen Dreierbogen. Ist das dein fucking Ernst? Ist das dein Ernst? Jetzt reicht es mir aber richtig, Alter. Ich muss mich hier veräppeln. Er ist so nah, Alter. Ich warte jetzt einfach hier. Mach so. 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 Ich sehe ihn so hundertprozentig, also. Er weiß, ich glaube, ich bin nicht da. Dass ich geflogen bin. Der steht jetzt so drauf, dass er sich versichert, dass ich noch da bin. Und dann verliert, oder? Ist es wichtig, ich schreibe Äppeln, oder so? Ich glaube jetzt hier, bis er, bis er zu mir kommt. Ich werde ihn nicht weggehen jetzt. Das kann ich vergessen. So kann ich am besten sehen. Umwachtung haben. Er hat es gewusst, äh, es nervt. Richtig, äh, richtig war das. Also, also wirklich jetzt. Jetzt reicht es mir wirklich jetzt. Diese Revanche habe ich eigentlich anders vorgestellt. Also jetzt, nicht, dass ich gewinne, sondern einfach nur, dass er nicht mit Bogen spielt. Das habe ich mir vorgestellt. Und dann kommt er mit Bogen, Eisenschwert und was auch immer noch. Also, solche Leute. Ich mag, Leute, die mit Bogen spielen, wenn sie es nicht übertreiben, so wie er. Wenn sie es einfach nicht übertreiben, so wie er. Es ist so, ich, ich, mir ist es egal, wenn sie mit Bogen spielen, aber übertreiben einfach ist zu übertrieben. Es ist einfach zu übertrieben, wie er spielt. Fertig aus. Kann ich nichts anderes sagen. Habe ich eine Beste, ja. Dann hol ich mir die ganzen Kaufwerbs noch ein Stack, damit ich mir das in Szene habe. Zack, zack, zack. Jetzt hole ich mir noch ganz ein Blöck. Ist er da, oder? Er ist nicht da, aber er kommt jetzt. Ne, er fällt vollkommen. Drehst du mal hier, von allem, als auch von Bronze, weil das Bronze kriegt man sowieso vollkommen viel. Deswegen habe ich mir das jetzt aufgewahrt. Oh, ich muss mich beeilen. Bitte, 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 komm, komm jetzt. Ich habe kein Bock gerade. Bitte nerv jetzt nicht, ey. Hashtag. Hashtag. Hashtag sinnlos in den Kommentaren. Richtig bad. Richtig bad ist. So, Leute, das war es mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat mir gefallen. Wenn ihr das doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nicht so was wollt, lasst du gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis, Leute. Ciao.